Hallo, mein Name ist Madeleine Schlotter und ich arbeite im Bereich E-Commerce bei Schmalz. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie sich in unserem Online-Shop anmelden können. Klicken Sie zunächst auf das Schloss oben rechts. Sollten Sie bisher noch nicht über ein Benutzerkonto verfügen, klicken Sie bitte auf den Link Registrieren. Dort können Sie ein neues Benutzerkonto anlegen. Wenn Sie bereits über ein Benutzerkonto verfügen, können Sie sich hier direkt anmelden. Geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse und Passwort an. Nach der Anmeldung können Sie die Funktionen des Online-Shops wie beispielsweise die Merkliste oder die Bestellhistorie nutzen. Nun wissen Sie, wie Sie sich in unserem Online-Shop anmelden können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Besuchen Sie uns auf www.schmalz.com Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017